As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Wir sind wieder bei dem Buch Al-Lu'l-Wal-Marjan, die Perlen und Korallen von Fuad Abdul Baqi, zusammengestellt. 1.906 Hadithe, die mutafakun alayh sind, das heißt von Bukhari und Muslim überliefert werden. Wir sind bei Kapitel 7, zum Glauben einzuladen, dass man an Allah glaubt und seinen Gesandten, alayhi salatu wa salam, und die islamischen Regeln und die Menschen dazu einzuladen. Der 10. Hadith in dem Buch wird überliefert von Ibn Abbas. Und dann sagen wir, radiallahu anhuma, weil sein Vater Al-Abbas auch ein Gefährter gewesen ist. Ibn Abbas war einer der ganz jungen Gefährten und hat insgesamt 1660 Hadithe überliefert. Gehört zu den Gefährten, die die meisten Hadithe überliefert haben, zu einem der Gelehrten der Gefährten. Und er war besonders berühmt dafür, dass er ein Tafsir-Gelehrter war, ein Mufassir. Er berichtet, dass eine Delegation vom Stamm von Abdu'l-Kais zum Propheten, alayhi salatu wa salam, kam. Und der Prophet fragte sie, alayhi salatu wa salam, wer sind diese Leute, wer ist diese Delegation? Und sie antworteten, wir sind von dem Stamm von Rabia. Also Rabia ist der Oberstamm von Abdu'l-Kais. Dann sagte der Prophet, willkommen, o ihr Leute, o ihr Delegation von Abdu'l-Kais. Weder werdet ihr Beschämung, noch etwas erfahren, was ihr bereut. Mit anderen Worten, dass ihr gekommen seid und fragt, den Propheten fragt, das ist etwas Gutes. Sie sagten, o Gesandte Allahs, wir können zu dir nur in dem heiligen Monat kommen. Und es gibt einen ungläubigen Stamm von Mudar, wieder einen Oberstamm, der zwischen uns und dir liegt. So bitte gib uns einen Befehl, dass wir etwas von den guten Taten tun, damit wir unsere Leute, unser Volk davon berichten, die wir hinter uns gelassen haben, also die noch zu Hause sind. Und dass wir dadurch, dass wir diese Taten tun, ins Paradies eintreten. Die Taten zu tun, sind nicht der Preis für das Paradies, sondern die sind der Grund dafür, dass Allah einem vergibt. Denn wir kommen alle nur ins Paradies, durch die Barmherzigkeit Allahs. Es gibt für das Paradies keinen Preis. Das heißt, man kann sich das Paradies nicht verdienen, im Sinne von, dass es ein Preis ist, sondern im Endeffekt kommt jeder durch die Barmherzigkeit von Allah ins Paradies und die guten Taten zu tun, ist ein Grund dafür, dass Allah einem vergibt. So, die liegen also zwischen uns. Dann fragen sie den Propheten über Getränke, was legal ist und was illegal ist also. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, befahl ihn, vier Dinge zu tun und verbat ihn, vier Dinge zu tun. Er befahl ihn, an Allah alleine zu glauben und befahl ihn und fragte sie, wisst ihr, was es bedeutet, an Allah alleine zu glauben? Da antworten sie, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Das ist ein gutes Benehmen mit dem Propheten, alaihi wa sallam. Und so ähnlich sollte man auch, wenn man mit Gelehrten redet, sollte man mit denen reden, dass man sich nicht in einem Gespräch so über sie stellt, sondern dass man Fragen stellt, beispielsweise. Wenn man zum Beispiel denkt, der Gelehrte hat einen Fehler gemacht oder der Prediger hat einen Fehler gemacht, stellt man zum Beispiel eine Frage. Entschuldigung, ich habe mal gehört, dass das so und so ist. Ja, als Beispiel. Auf jeden Fall. Sie antworten Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Daraufhin sagte der Prophet, alaihi wa sallam, dass man bezeugt, dass es keine Gottheit gibt außer Allah, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und dass Mohammed der Gesandter Allah ist, dass man das Gebet verrichtet, die Zakah entrichtet, das Fasten im Ramadan verrichtet und dass man Al-Khumus bezahlt. Al-Khumus, das ist also ein Fünftel von der Kriegsbeute. Und er verbat ihn vier Dinge. Und damit ist gemeint, Al-Hantar, Al-Duba, Al-Nakir, Al-Muzafat, Al-Mukir. Das sind Behälter, die für alkoholische Getränke benutzt werden. Und die Gelehrten sagen hier, dass damit gemeint ist, dass man das Getränk, also den Alkohol, selber damit meint. Also der Prophet erwähnt diese Behälter, meint aber damit das Getränk selber. Allerdings ist es auch sehr häufig so im Islam, dass der Weg zum Haram schon verboten wird. Zum Beispiel Sina ist Haram, Unzucht ist Haram. Und alles, was zum Haram führen kann oder eine Gefahr darstellt, dass es zu Sina führt, ist auch Haram. Beispielsweise mit einer Frau alleine in einem Raum zu sein. Okay. Der Prophet, ähm, ja, genau. Der Prophet sagte weiterziehen, ähm, lernt auswendig oder erinnert euch an diese Instruktionen und berichtet sie eurem Volk, die ihr hinter euch gelassen habt. Dies zeigt erstmal Folgendes. Dass sie mit wenig Wissen, mit wenig Information genau diese Sachen weitergeben sollten, aber sie sollten sie vorauswendig lernen, Wissen an ihr Volk weitergeben. Und das ist eine Widerlegung von denen, die heutzutage sagen, Dauer können nur derjenige machen, der ein intensives Studium abgelegt hat. Diese Leute zur damaligen Zeit, dieser Stamm, zu Kreis, konnten nicht viel vom Propheten mitnehmen. Und ganz einfache Sachen haben sie ihrem Volk weitergegeben. Okay. So. Dann wird von Ibn Abbas berichtet, dass er Mu'ath ibn Jebel in den Jemen geschickt hat und er hat zu ihm gesagt, das ist der Hadith 11, wieder von Ibn Abbas, im selben Kapitel. Du kommst zu einem Volk, zu Leuten vom Volk der Schrift, also Juden und Christen. So soll das erste sein, wozu du sie einlädst, dass sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah, dass Mohammed der Gesandte Allah ist. Wenn sie dies tun, dann informiere sie, dass Allah ihnen fünf Gebete vorgeschrieben hat, an jedem Tag und jeder Nacht. Und wenn sie dies tun, so informiere sie, dass sie Zakat zahlen sollen. Und dies wird von den Reichen genommen und zu den Armen gegeben. Und wenn sie dir darin befolgen, so nimm das Zakat, aber vermeide das Beste von ihrem Vermögen vom Zakat zu nehmen. Dann in Hadith 12 sagt er, und fürchte dich vor der Dua. Des Unterdrückten, denn wahrlich zwischen ihm und Allah gibt es kein Hijab. Was sehen wir hier? Hier sehen wir zwei verschiedene Situationen von Dawa. Das zeigt, die Dawa ist individuell. Wir schauen. Das eine ist ein arabischer Stamm, der schon Muslim ist. Das andere ist, Mu'ath ibn Jabal geht hin und lädt Leute von Ahl Kitab ein. Man hat also eine unterschiedliche Herangehensweise. Und das finden wir auch in Surah 2, 12 Vers 108, wo Allah sagt, Sprich, dieses ist mein Weg, rufe zu Allah mit Wissen. Damit ist Wissen von der Religion gemeint und Wissen von der Situation des Volkes. Und hier dann sieht man auch, dass der Prophet diese Koranverse mit seinem Handeln erklärt. Denn der Prophet zeigt dir, wie dieser Vers, Surah 12, Vers 108, zu verstehen ist. Mit Wissen ist auch gemeint, je nachdem, mit wem ich rede, habe ich eine unterschiedliche Herangehensweise. Und das steht zum Beispiel in Surah 16, Vers 44. Wir haben zu dir, Muhammad, den Koran herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, mit deinen Taten und mit deinen Worten, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Und wir sehen in beiden Stellen aber, ist der Tauhid, der Glaube an Allah alleine und ihn alleine zu dienen, das was an erster Stelle erwähnt wird, und das zeigt, dass das die Priorität ist und das Wichtigste ist. Dann sehen wir die stufenweise Herangehensweise, beispielsweise mit den Ahl-Khitab. Dass der Prophet, a.s.w. sagt, wenn sie dir darin befolgen, dann lade sie zum Gebet an. Wenn sie dir darin befolgen, dann lade sie zum Sekern und so weiter. Und dann sehen wir am Ende etwas ganz Wichtiges. Und hüte dich vor der Dua, dessen du dem Unrecht zugefügt hast. Denn wahrlich zwischen ihm und Allah gibt es kein Kijab. Deswegen möge Allah uns davor bewahren, Leuten Unrecht zu tun und uns vergeben, wenn wir Unrecht getan haben und denen vergeben, denen wir Unrecht getan haben. Und das muss unsere größte Sorge sein, dass wir Leuten Unrecht tun. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Ikhlas geben. Wie gesagt, das war der Hadith Nummer 10, 11 und 12 aus dem Buch Al-Ul-Wal-Marjan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.